Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute möchte ich mit euch ein paar Filter durchgehen und zwar ein paar richtig coole. Die werden uns nämlich hier das Bild verändern, das ich mit Image, SRC, HTML, das kennt ihr alle schon. Sieht dann folgendermaßen aus, sie ist einfach nur ein Bild auf der Seite, unten drunter kommt das, was wir da vorgemacht hatten. Und ja, dieses Bild wollen wir jetzt verändern. Das können wir ganz easy machen, indem wir hier einfach unten drunter den Tag vom Bild verändern, Image. Und so. Und ja, jetzt haben wir hier ziemlich easy die Möglichkeit Filter anzuwenden, nämlich indem wir einfach sagen, Filter, Ups, Filter, Doppelpunkt. Und hier können wir dann hintendran eine gewisse Filteroption anwenden und die möchte ich euch heute gerne zeigen. Und zwar, wenn wir hier sagen Blur und dann eine gewisse Anzahl an Pixeln hintendran, zum Beispiel 10 Pixel, dann verschmiert das Bild. Das sind solche grundsätzlichen Bildbearbeitungsoptionen, die ihr habt, die man aber nicht unbedingt häufig braucht, aber ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Warum wir jetzt hier nicht sehen, ist, weil wir hier nur Filter benutzt haben und nicht WebKit noch vorne dran geschrieben haben. Das heißt, wenn wir für Chrome, für Safari und, keine Ahnung, ich glaube, Opera benutzt in dem Fall das Ganze auch, brauchen wir noch WebKit vorne dran. Also WebKit minus Filter, Doppelpunkt und dann nochmal dasselbe geschrieben, also Blur von 100 Pixel. Und natürlich ein Semikolon unten drunter. So, was wir jetzt bekommen, ist, wir kriegen ein ziemlich verschmiertes Bild. Das heißt, für unseren Browser hier, also Chrome, aktuelle Version sogar, brauchte dieses WebKit vorne dran. Hier haben wir mal wieder das Problem mit den alten Browsern, ich glaube, ihr kennt das. Aber wir machen jetzt hier einfach mal 10 Pixel, damit man auch noch ein bisschen was erkennen kann. So ist es ein bisschen hart gewesen. So ist es einfach stark verschmiert, genau das, was ein Blur-Effekt normalerweise tut. Okay, ihr könnt auch die Helligkeit regeln, also indem ihr sagt Brightness. Ich mache das einfach mal nur noch hier mit dem WebKit, weil ja, obendran brauche ich euch eh nicht zeigen, braucht man aber trotzdem. Also einfach mal beides wieder angeben, hier oben die Filter ändern und hier unten die Filter ändern, wenn ihr irgendwas machen wollt. Je nachdem, welchen Browser. Genau, okay. Brightness macht folgendes, hier brauchen wir wieder Prozentzahlen von 0% bis 100% und das Ganze macht natürlich die Helligkeit ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich hier 0% reinpacke, dann sieht das Ganze so aus, wird nämlich ein schwarzes Bild dann einfach. Während wenn ich jetzt 100% hier eingebe, dann sieht es so aus. Also volle Kanone, wieder volle Helligkeit. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, sogar Werte über 100% reinzupacken, zum Beispiel 200%, dann kriegen wir die Helligkeit angepasst und zwar heller logischerweise. Also doppelt so hell, was darin resultiert, dass das ganze Bild ein bisschen weißer wird. Aber ja, damit könnt ihr gut rumspielen und ein bisschen verbessern das Ganze. Vielleicht auch noch den Kontrast. Also eigentlich sollten die Bilder so gut sein, dass ihr das nicht braucht. Aber der Kontrast, der Regel natürlich noch den Kontrast des Bildes, hier werden die Farben einfach stärker, also das HTML wird roter, davor war es eher so ein Orange. Ich zeige es euch gerade nochmal, wie es mit 100% aussieht. 100 ist mal wieder genau 1, also Standard. So sah es normalerweise aus. Mit 200% kommt uns das Ganze vor, als wäre hier ein Grauschleier drauf gewesen und jetzt haben wir erstmal knallige Farben. Bei 0 haben wir natürlich wieder mal einfach ein komplett graues Bild, weil Kontrast 0 bedeutet einfach, dass wir keinerlei Farben mehr drin haben. Okay. So, jetzt wahrscheinlich das, was für euch am interessantesten wird und zwar der Drop Shadow. Drop Shadow wirft einen Schlagschatten des Bildes. Drop minus Shadow. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeiten, Sachen anzugeben, wie der Schlagschatten ausfallen soll. Und zwar haben wir hier zum Beispiel Haarshadow. Das gucken wir uns einfach mal direkt an, wie das aussieht. Also Haarshadow, ja. Haarshadow vielleicht auch noch einen Wert dafür angeben. Beim Haarshadow müssen wir einfach angeben, wie viele Pixel wir horizontal verschieben wollen. Das ist quasi das, was wir hier bei dem Box Shadow auch schon gemacht haben. Also, wie viele Pixel wollen wir den horizontalen Schatten verschieben? 50 Pixel zum Beispiel. Und dann brauchen wir noch einen vertikalen Schatten, also V-Shadow. Und das ist auch das, was wir hier schon haben. Zum Beispiel 10 Pixel. Wie viel soll er in der vertikalen verschoben werden? Okay. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir hier dieses Dings hier rumfahren. Und das geht natürlich hier drüber. Und was wir jetzt noch brauchen ist, wie hier oben auch, vielleicht noch eine andere Farbe und einen Blur-Effekt. Also sagen wir einfach mal Blur von 10 Pixeln. Ups. 10 Pixel und ein Hashtag für die Farbe. Zum Beispiel BBB. Ist ein relativ heller Schatten jetzt. Und ja, sieht man hier auch super an der Seite. Hier unten zum Beispiel auch. Da ich nicht genau weiß, bis wohin ihr das Ganze erkennen könnt. Hier unten, ich mache es einfach mal kleiner. Wie wäre es? Oder ich schiebe es rüber. Hier sehen wir an der Seite, dass es ein wenig hier an der Seite ausgeblurrt wird. Wie bei dem Box-Shadow hier oben auch schon. Ja. Und die Farbe hat sich auch verändert. Je nachdem, was wir hier eben angeben. Wird es heller oder dunkler. Die Farben kennt ihr mittlerweile, glaube ich, aber ganz gut. Okay. So. Was wir noch machen können, ist folgendes. Ich schiebe das mal wieder so, dass wir das wieder haben. Okay. Wir können auch noch Graustufen, also das Bild in Graustufen konvertieren. Ziemlich cool, wenn ihr irgendwie. Also das ist vor allem jetzt für irgendwelche Hover-Bilder oder sowas. Ups. Gray Scale. Also wenn ihr zum Beispiel über ein Bild drüber fahrt. Davor waren alle Bilder Graustufen. Und wenn ihr drüber fahrt, dann macht ihr die halt wieder in Farbe. Aber, ja, ihr habt hier allerdings auch eine Funktion wieder dann. Und müsst angeben, ob ihr 100% haben wollt. Das wäre dann logischerweise komplett Graustufen. Also komplett Grau sowieso. Sieht dann so aus. Und hier könnt ihr dann eben Fliesenübergang eingeben. 0% ist, dass es absolut nicht Graustufen ist. Also so wie es davor war. Und dann könnt ihr hier eben sowas wie 50% angeben. Dann habt ihr es halt ein bisschen grauer gemacht. Okay. Das ist wie gesagt ziemlich geil, wenn ihr das ein bisschen grau habt. Und ihr fahrt dann drüber und plötzlich ist der Gray Scale wieder auf 0%. Und ihr habt wieder euer normales Bild zur Verfügung. Also so kann man sehr schöne dynamische Webseiten erstellen. Wenn ihr zum Beispiel eine Imagegalerie habt oder sowas. Sieht ziemlich cool aus. Okay. Ja, dann gibt es noch so Sachen wie invertieren oder sowas. Also invert kann man aber auch nur teilweise machen. Also 50% invertieren ist auch in Ordnung. Upsala, sieht dann so aus. Seltsam, dass das so aussieht. 100% sieht dann logischerweise in etwa so aus. Irgendwie ziemlich creepy, wenn man Bilder invertiert. Und ja, Opacity könnt ihr verändern, indem ihr hier einfach Opacity eingibt. Opacity. Dadurch könnt ihr dann die Durchsichtigkeit der Bilder steuern. 100% macht es komplett sichtbar. 0% macht es komplett durchsichtig. Ähm, genau. Und jetzt noch ein letztes. Mit Sepia könnt ihr steuern, wie dieses Bild aussehen soll. Also Sepia kennt ihr vielleicht. Dieses komische gelbliche Effektteil. Ja, ziemlich cool eigentlich. Man kann relativ viel damit machen. Das ist wie gesagt vor allem, wenn man irgendwie über die Bilder drüber fährt, ziemlich interessant. Dann kann man nämlich Bilder hervorheben, wenn man über sie drüber fährt. Und ansonsten werden sie halt irgendwie ausgegraut oder leicht gräulicher dargestellt oder sowas. Genau. Wollte ich euch zeigen, unbedingt. Und ja, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß, das war jetzt nicht ganz so das Interessanteste. Aber trotzdem kann man es brauchen. Und deswegen alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.